So, wo lang? Hier lang. Boah, das ist halt weit! Ich kann wirklich nirgends wo sonst Magic hier machen, weil ich halt nirgends diese Umspannwerk scheiße machen kann. Das kann doch lustig werden. Also wenn ich halt jetzt verkacken würde, dann würde ich halt, äh, beim nächsten Versuch oder gleich halt die Hauptmission mäßig machen. Also dann würde ich auf diese Nehmission, was es jetzt eigentlich ist, scheißen und ja. Aber mal schauen. Aber ich habe so ein Gefühl, ich werde es verkacken. Ich habe schon so ein Gefühl. So. Aber theoretisch, ich beeile mich hier. Auch... 5 noch. So, warte. Hier... Ich habe sogar mehrere, glaube ich. Korbe und sonst was. So etwas wie ein biologisches Irgendwas Trophy. Passt, nehme ich gerne. Nehme ich gerne. Nehme ich gerne, äh... Sag ich schon, was das für riesige Diener ist. Aber das ist jetzt ein Fels. Glaube ich, oder? Ja doch. So, nein. Und da drüben noch. Das sollten die letzten zwei sein. Hoffentlich. Und dann ab zurück. Die Ranger können dann eh wieder zurück in die Basis. Und dann muss ich mir die anderen Ranger, äh, schnell... ...die anderen Dudes beträumen. Also die letzten zwei wäre ein halbiger. So, wuff. Jetzt sollten die zwei Rassen sein. Perfekt. BAMS. Ich habe beide. Instant. Jawohl. Danke. Für das Katalogisieren der Dinosaurier. Ja. Immer wieder gerne. Genau im Fokus. Okay. Äh, das ist aber alles Bums. Jetzt kommst du mal hier rein. Währenddessen, äh, zack. Futterstation. Also ein paar. Dann trinken. Äh, Wasser. So. Was weiß ich. Hier so. Passt. Okay. Schüge und sonst was. Der wird ja markiert. Die sind eh markiert. Kollege, du. Jetzt Basis zurück. Ich weiß nicht, wer schneller ist. Wer der Basis zurück hat oder halt der Typ. I don't know. So. Betäuben. Du bist der Richtige. Du bist der Richtige. Und noch den. Keine Ahnung wo der ist. Sinoceratops. Warte mal. Du bist Stukio. Nee, du bist Gallim. Stukio brauche ich. Hier. Okay. Äh. Mein Gott. Äh. Ba 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 ba. Du. Ich brauche den Typen, der warst zur Basis durchgekehrt. Der ist näher. Der Täuben. Bestätigt. Ich kill dich mit einem scheiß Sozialding, du Behinderung. Mah. Geiles Ding. So, du betäubst den, dann musst du, jetzt aber relativ flott, einen, einen, sagen wir zwei, zwei, ja doch. Zwei, verdammt. Viel Spaß. Ja, okay, passt. So. Was sieht's aus mit euch? Kriegt ihr betäubt? Ich hab halt echt keinen Plan mehr im Kopf, ob die viele Leute brauchen. Aber ich glaub, die Gallim brauchen schon viele, oder? Und die Studie, ich hab, ich hab grad keine Ahnung, Alter. Ich hab keine fucking Ahnung, Alter. Warte, Galli. Gallim Stikio, hä? Hä? Ich hab zwei von der gleichen Sorte, ich brauch doch noch einen anderen. Ich brauch den Stiky. Aber, hä, wo ist denn der Stiky? Bin ich bescheuert, oder bin ich blind? Ich hab eigentlich gerade auf das Signal, auf das Zeichen, wo wir... Wo ist ein Stiky? Wo ist denn der? Stiko? 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 Hä? Also, geile Mimus. Also, ich pass mir so zwei. Okay, aber... Ich hab aber... Aber die Stiky ist... Da ist noch einer! Chief, schon ohne. Äh... Ja, doch. Wait. Dich brauche ich noch. Dich hab ich noch. Mein Gott, dich hab ich übersehen. Jetzt haben wir's. Super. So. Dann, let's go. Keine Zeit verlieren. Ich hab halt echt Stress. Okay, äh... Da, 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 da... Du rein, äh... Du rein. Wo immer er ist. Hier. Schönes Wasser. Chill, deine Eierkollege. Geborgenheit geht's. Gut, klar. So. Hier kommt rein. Der Typ sollte den bald einmal erledigen. Der schläft. Wie ist jetzt... Kann ich mal... Wie soll ich hier schauen? Sozial. Ja, eigentlich sollte ich... Warte. Der betäubt den. Dann betäubst du gleich noch einen... Gally. Deswegen ist auch... Ach, seit der Scheiß. Ja, mir was. Oh, jeder witzige. So. Studio... Irgendwer ist on the way. Kein Fall, weil du gerade bist, aber okay. Wer bist du? Geil. Der Scheißstück ja jetzt. Das ist das hier. Sozial, der braucht... Ah, da, verdammt. Der braucht ein bisschen sehr viel Sozial. Habt ihr recht? Habt ihr recht? Ich hab recht. Ähm... Kommt auf die Liste. STM... Ist voll erficklich. Kein Problem. Mach mal so. Anfrage bestätigt. Ich hoffe, das reicht. So, wie sieht's aus? Jetzt sollte es doch... Sozial, jawoll. Das hab ich gemeint. Super. Oh, das wird richtig. Ja, nicht die Gesundheit. I know, I know, I know. Wie ich jetzt weiß. Scheiß. Scheiß mich an. So. Dann der Studio. Galle Mimus. Irgendwann ist anscheinend einer schon drinnen. Und der zweite ist auf dem Weg. Okay. Der Vulkan geht mir auf den Keks. Das kann aber echt lustig werden hier, die Scheiße. Boah, ich die Kohle halte, ich frage ich mir hier ein. Eigentlich auch. Ich hab zwei Mille. So zweieinhalb Mille fast. Ich hab keinen Plan, aber woher? Weil... Gäste gibt's nicht wirklich. Aber... Ist mir relativ. Ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd zu kleiner Zaun, da wäre ich auch wahnsinnig. Aber das ist das kleine Problem. Sieht aus. Sozial kann man machen. Sozial kann man auch machen. Ich schreibe eigentlich nur auf Sozial. Ja, doch, das ist... Ist in Ordnung. Studio, wo ist er? Jetzt kommt er. Studio und ihr Kollegen. Genau, perfekt. Der eine ist auch schon... theoretisch am abholen. Der wird auch abgeholt. Okay. Komm schon. Komm schon, komm schon. Also ist doch... Ist doch eigentlich gut, dass es nur eine theoretische Hauptbasis gibt, wo halt der ganze Scheiß hier ist. Also forschungsmäßig und ACU und Ranger Team. Und ich hier drüben auch irgendwo im Arsch der Welt. Oh Gott. So. Transportiert oder... Die sind auch noch. Sehr gut. Jetzt, da wir die Dinosaurier haben, wird es Zeit, diese Krankheit zu studieren. Bauen Sie ein Beobachtungsturm in der Nähe des Geheges, damit unsere Wissenschaftler die Dinosaurier beobachten können. Wow, war er ernst? Naja, das ist kein Problem. Okay. Also der ist schon. Der ist dabei. Okay. Hoffe ich zumindest, weil ich sehe hier kein Heli. Dass der was den gerade nimmt. Ah doch, der kommt gerade. Okay. Äh... Beobachtungsturm. Das kriege ich auf die Reihe. Deswegen hat es mich gewundert, dass die Beobachtung trotzdem da ist. Forschung. Mein Gott. Gibt mir ne fucking Forschung. Äh... Gebäude. Äh... 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 Woppa. So, zack. Der sieht, dass der irgendwas beobachtet werden kann und der sonst was beobachtet werden kann. Okay, dann mache ich halt einfach... Ich spam hier den ganzen... Sound voll mit. Mit... Mit die... Mit die Plattform. So. Geht's euch gut? Ist die Frage. Den geht's gut. Sido passt. Ist interpallig, aber es ist logisch. Sozial. Das kann nicht sein, weil da... Die kommen gleich. Psychio. Die sind theoretisch... Nicht on the way. Doch. Gibt's noch einen? Ja, den halt. Aber als... Was hab ich erst auf den auch noch, oder was? Kein Problem. Es könnte klappen. Wenn... Es könnte ganz eng werden, aber... Es ist nicht... Es könnte ganz eng werden. Es könnte ganz eng werden. Also wenn er nur das Stück hier... Brauchte noch einen. Ich hoffe... Ich hoffe, der reicht. Aber wenn er reicht, passt. Wenn er nicht reicht, dann muss... Dann muss ich halt schnell... Relativ schnell zu dem Typen. Und dem Betäuben. Was ist denn? Ach, Jungs. Wo ruft ihr denn her? Ja, fahr am Baum rein. Bester Mann, Alter. Bester fucking Mann. Alter. Ich kill dich. Oh, da halt es reicht. Ich hätte nichts dagegen, wenn es reichen würde. Wenn sie hier, dass der GL irgendwas und der GL Opa nicht werden können. Ja, der Opa nicht werden kann, ist... Ist gerade noch nicht so drin. So, ihr Pfosten. Jetzt betäub den Typen, was ich will. Mach! Mach! Mufit! So! Oder... Oder auch nicht. Kann auch sein. Ne, passt sogar. Lorg! Aber gerade so begeistert. Aber mach, mach doch. Ich, ich haut den... Ich haut den anderen Typen auch nur rein. Mega. So! Also! So, passt das Plattform. BAMS! Einmal, ich ballete die Skubel zu. Warte mal. Ja komm. Ja komm. Hier noch. Kohlemäßig habe ich eh. Kann man eh machen. Nix am... Ahn Scheiß am Wasser! Ja! Oder im Wasser! Die, die ist hier verbaut... Die ist nur verbaut wegen der scheiß Straße, oder? Äh... 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 Nein! Nein! Das kann ja außen rum, alter! Wie doof ist das jetzt? Das war mir klar. Fuck you! Fuck you! Fuck you! So. Ich bin außen rum. Danke. So. Das ist Wurm. Das Wurm. Das muss noch gebaut werden. Das noch. Und die Scheiße noch. Boah. Sie hat auch nix. Wo? Fuck! Hat Baui hier wen kackt? So. So. Wie gut das nicht schön ausschauen muss. Hässlich bisschen mehr. Aber mir fucking egal. Okay. So. Wie, wer, wie, wann, wo? Wer ist die denn hier wenig? Wer ist die denn hier wenig? Okay. So. 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 Jetzt aber. Jetzt muss man alles sehen können. Hier sieht man alles. Das noch hier. Das ist safe. Da hab ich irgendwie nicht. SCN. Irgendwas. Den hab ich. Warte mal. Geil. Zwei geiles. Stm. Und SCN. Ja passt doch. So. Komm jetzt. Bau fertig, Bro. Oh Gott. So geht's euch allen gut. Okay. Hey, kann nicht sein. Gesundheit 60. Okay. Unsere Wissenschaftler sind in Position und bereit, die Dinosaurier zu beobachten. Sie müssen dafür sorgen, dass es die Dinosaurier bedingt. So. Ich muss mich nicht mehr bequem haben und so ruhig bleiben. Eigentlich habe ich kein Problem. Es geht mir hauptsächlich nicht nur um das scheiß Sozialding, aber eigentlich passt alles. Bei jedem. Ob bei dem man sich vorher gedacht hat, das könnte die Katastrophe sein, aber... Ich kann der noch. Ah so, genau. Witzig bin ich. So. Der ist da noch über Baller. Ist das überhaupt kein Problem mehr. Jetzt ist man noch knapp an der Grenze, aber sonst... Easy peasy lemon squeezy.